Ein Hinweis vorab. Dieses Video zur Geschichte der Ukraine ist sehr lang. Es dauert eine Stunde und 45 Minuten. Im Gespräch decken wir dabei einen Zeitraum ab von über 1000 Jahren, also von 988 bis zum Jahr 2014, in verschiedenen Stufen, die für die Geschichte der Ukraine wichtig sind. Die wenigsten von Ihnen haben die Zeit, sich das Video komplett an einem Stück anzuschauen. Darum finden Sie unten in der Videobeschreibung verschiedene Zeitabschnitte. Dort können Sie genau zu dem springen, was Sie interessiert, oder dann das Video auch phasenweise anschauen. Am 24. Februar 2022 schockierte Russland die Welt mit seinem Einmarsch in die Ukraine. Dieses Datum markiert den Beginn des größten europäischen Konflikts seit dem Zweiten Weltkrieg. Mit dem Ukraine-Kenner Niko Lange spreche ich über das Land und die tieferen Ursachen dieses Kriegs. Ziel ist es, jenseits der Tagesaktualität, die wir hier so weit wie möglich ausblenden wollen, ein tieferes Verständnis über und für die Ukraine zu gewinnen. Herr Lange, an dem Stuhl, wo Sie sitzen, sitzen normalerweise fast ausschließlich Professoren. Und wenn man Experten zu einem bestimmten Thema einlädt, dann ist das immer so eine Sache mit den Experten. Was qualifiziert Sie denn dazu, über die Ukraine sachkundig Auskunft zu geben? Ich spreche Ukrainisch. Ich habe lange in der Ukraine gelebt, habe mich mit der Ukraine, aber auch mit Russland sehr lange beschäftigt. Und es ist, glaube ich, immer noch etwas Besonderes, sich intensiv mit der Ukraine beschäftigt zu haben, weil wir in Deutschland traditionell irgendwie eine romantische Vorstellung hatten von unseren Beziehungen zu Russland. Und man hat es auch jetzt wieder gemerkt, als der Krieg begann, gab es viel Aufholbedarf, viel Nachfrage, besser zu verstehen, was die Ukraine ist, wo die Ukraine herkommt, warum Russland diesen imperialen Anspruch auf die Ukraine erhebt. Und ich weiß gar nicht, ob ich ein Experte bin, aber ich finde es wichtig, über die Ukraine zu sprechen und die Dinge zu vermitteln. Und weil ich die Sprachen spreche und da gelebt habe, habe ich, glaube ich, einen kleinen Vorsprung gegenüber anderen. Ukraine bedeutet übersetzt Grenzland. Welche geografischen Grenzen sind denn hier gemeint? Und wie kann man denn die Geografie dieses Landes denn umreißen? In all ihren Facetten. Ja, der Name deutet das an, dass das in der Geschichte der Ukraine schwierig war, genau zu sagen, wo sie ist. Ukraine, Grenzland oder am Rande, das ist eine Perspektive, die, glaube ich, sowohl aus Polen, Litauen, als auch aus Russland immer wieder auf diese Gegend erhoben wurde. Die Ukraine heißt Grenzland, wenn man es aus militärgeografischer Perspektive anguckt, besteht das Paradox darin, dass sie kaum natürliche Grenzen hat. Es gibt wenig Höhenzüge oder Flüsse oder Gebirge, die irgendwo das Land abgrenzen könnten. Das hat sich militärisch immer auch als Nachteil herausgestellt. Aber man kann es, glaube ich, so beschreiben. Das ist ein Land, das liegt zwischen den Karpaten im Westen, den Steppen im Süden bis hin zum Asowschen Meer und den Sümpfen im Norden. Und es lag geografisch auch immer mal woanders in der Geschichte, die ja eine schwierige Entstehungsgeschichte ist. Deswegen ist dieser Name Grenzland, glaube ich, auch ganz treffend. Die entscheidende Frage ist, und das hat sich im Laufe der Geschichte verändert, und das ist ganz wichtig, dass die Frage, ob man sagt, in Polnisch oder in Russisch, in Nahukraine oder Ukraine, dass die sich verändert hat. Es ist also aus diesem Grenzland ein Nationalstaat geworden. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Es gibt ja Menschen, die behaupten, diesen Nationalstaat, den hat es eigentlich so nicht richtig ergeben, der hat keine lange Tradition, erst so seit August 1991. Allerdings, wenn man denn zur Unabhängigkeitserklärung schaut, die halt im August 1991 verfasst wurde, und sich die anschaut, da steht da was Interessantes drin. Ich lese mal vor. Akte der Unabhängigkeitserklärung der Ukraine. Angesichts der tödlichen Gefahr für die Ukraine im Zusammenhang mit dem Staatsstreich in der UdSSR am 19. August 1991. Jetzt kommt's. In Fortsetzung der tausendjährigen Tradition der staatlichen Entwicklung der Ukraine, ausgehend vom Recht einer Nation auf Selbstbestimmung und so weiter, erklären wir die Unabhängigkeit. Am 24. August 1991. Tausendjährige Geschichte. 1991, wenn wir tausend Jahre zurückgehen, sind wir so im Jahr 900. Was ist denn da passiert? Ja, zunächst mal noch zu der Frage Nationalstaat. Das schwingt, glaube ich, bei vielen im Kopf so eine Vorstellung mit, es gibt irgendwo ein abgegrenztes Gebiet mit einer Nation da drauf und das ist dann der Nationalstaat. Und einem einheitlichen Staatsvolk. Und einem einheitlichen Staatsvolk. Wenn man sich die europäischen Staaten, wie sie heute existieren, anguckt, stellt man fest, das ist eigentlich überhaupt nirgendwo so. Das ist eine irrige Vorstellung zu denken, dass es so etwas überhaupt gibt. Die Entstehungsgeschichten der Staaten, die heute in Europa existieren, sind unterschiedlich. Manchmal schwieriger, manchmal weniger schwierig. Aber immer auch mit Brüchen und mit unterschiedlichen historischen Phasen verbunden. Da ist die Ukraine überhaupt nicht ungewöhnlich. Das ist ein ganz normaler europäischer Staat mit einer Genese, wie andere europäische Staaten das auch haben. Die Unabhängigkeitserklärung bezieht sich natürlich auf die Kiewer Rus. Und die Kiewer Rus ist ja insofern auch ein Vorläufer der heutigen Ukraine, weil sie ein heterogenes Gebilde war mit unterschiedlichen Ethnien, unterschiedlichen Religionen, aber trotzdem zusammengefunden hat. Und ich glaube, da ist eine große Parallele, weil man kann, glaube ich, sagen, die Ukraine ist so etwas wie eine Staatsbürgernation. Und die Kiewer Rus war jetzt keine Staatsbürgernation, aber sie war ein heterogenes Gebilde, das zusammengefunden hat in einer staatlichen Struktur. Also in einer protostaatlichen Struktur wahrscheinlich vor tausend Jahren. Ja, also zumindest so, dass wir uns heute alle noch dran erinnern. Was die Kiewer Rus auf jeden Fall nicht war, deswegen halte ich das auch für wichtig, dass das in der Unabhängigkeitserklärung der Ukraine drinsteht, was die Kiewer Rus auf jeden Fall nicht war, ist Vorläufer eines russischen Imperiums, so wie das in der russischen Geschichtsschreibung gerade definiert wird. Das war die Kiewer Rus ganz bestimmt nicht. Da gibt es auch viele Gründe dafür. Da sind sich, glaube ich, auch die Historiker weitgehend einig. Aber man sieht an diesem Punkt schon, dass die Geschichtsschreibung zur Ukraine überformt wird von so einem imperialen Drang, insbesondere aus Moskau. Interessanterweise gab es ja Moskau gar nicht als Zentrum einer staatlichen Struktur zu Zeiten der Kiewer Rus. Das kam erst viel später. Also die Kiewer Rus wurde ja 998 gegründet und Moskau 1100 irgendwas. Aber nochmal zurück, es gibt ja auch die andere Sichtweise und der Name Rus, daraus springt dann später der Name Russland, kann ja schon darauf hindeuten, dass es was miteinander zu tun hat. Was heißt denn eigentlich Rus? Was bedeutet das? Naja, also es gibt eine lange Diskussion darüber, ob Kiewer Rus etwas mit Russland zu tun hat oder nicht. Ich glaube, man kann diese ethnischen Fragen in Bezug auf Russland und auf die Ukraine so nicht stellen, weil es in beiden Ländern dieses Staatsvolk so nicht gibt. Und das heutige Russland ist ja auch die russländische Föderation, wenn man es genau nimmt und besteht aus sehr vielen unterschiedlichen Völkern. Die Kiewer Rus als heterogenes, protostatisches Gebilde ist, glaube ich, vor allen Dingen deswegen ein Bezugspunkt für Russland, weil Russland sich immer wieder auf die Christianisierung der Rus bezieht. Wir kommen ja auf die Kirchengeschichte vielleicht noch zu sprechen. Das ist ja der Anfang einer sehr bewegten Geschichte unterschiedlicher Religionen, die mit der schwierigen Selbstfindung der Ukraine als Staat ja zu tun hat. Ich glaube, dass man sehr viel gewinnt, wenn man nicht immer über Moskau in diese Region hineinschaut und wenn man Russen, Russinen und Ruthänen und all diese Dinge auseinander hält. Weil man dann aus dieser Geschichtsschreibung, die in Deutschland sehr verbreitet ist, immer über Moskau, immer über das Russische Reich, immer über die Sowjetunion in die ganze Region zu gucken, herauskommt und sich mal näher damit beschäftigt. Was ist eigentlich Belarus? Was ist eigentlich die Ukraine? Und da gibt es auch eine ganze Reihe anderer. Da kann man nur dazu gewinnen, wenn man es aus der Perspektive anguckt. Bleiben wir aber nochmal bei der Rus. Was ist denn eigentlich wahr? Und es gibt ja in Russland und in der Ukraine auch zwei unterschiedliche Deutungen drüber. Es gibt aber das, was die alle vereint und das war ein Wladimir. In Russland heißt er Wladimir der Große. In der Ukraine, glaube ich, heißt er Wladimir der Große. In Russland Wladimir der Heilige. Was hat der denn gemacht und wer war das denn? Also das ist ja schon mal ganz bemerkenswert, dass der Wladimir heißt und nicht Wladimir. Und im Übrigen heißt der aktuelle ukrainische Staatspräsident auch Wladimir. Das ist ein populärer Name, weil Wladimir mit der Taufe der Kiewer Rus, wie das in anderen Regionen der Welt auch war, aber mit der Taufe und mit der Christianisierung eine Modernisierung eingeleitet hat. Die Geschichte zu Wladimir, da kann man vieles dazu erzählen. Die Überlieferung ist, dass er ein schlimmer Finger war und viele brutale Dinge gemacht hat, aber zum christlichen Glauben bekannt worden ist und dann auch seine Untertanen im Dnieper alle hat taufen lassen, ist einer der schönsten Orte in Kiew am Hochufer des Dnipro. Der heilige Wladimir mit seinem Kreuz blickt auf das Flussufer dort, wo die Kiewer Rus getauft worden ist. Der ist ein Fürst gewesen, der es verstanden hat, ein sehr unterschiedliches Gebiet mit sehr unterschiedlichen Strukturen zusammenzubringen und relativ lange zu einer Struktur zu bringen, die wirtschaftlich und politisch bedeutsam war und erfolgreich war. Deswegen ist er heute in Erinnerung geblieben. Er hat sich aber nicht zum orthodoxen Glauben bekannt, weil er plötzlich gläubig wurde oder weil er das alles geglaubt hat, sondern das waren ja politische Gründe, warum er sich hat taufen lassen wahrscheinlich. Ja, das ist ja oft so gewesen, dass Herrscher sich entschieden haben, einen Glauben anzunehmen, um eine Modernisierung ihrer Strukturen durchzuführen und ich glaube, das war bei Wollodimir auch so. Also 998 beginnende Kiewer Rus, dann immer weitere Ausbreitung. Jetzt gebe ich Ihnen ein Stichwort, so im Mittelalter, Stichwort Magdeburger Recht. Was ist das? Was bedeutet das für die Ukraine? Ist übrigens auch ein schönes Denkmal in Kiew für die Verleihung des Magdeburger Stadtrechts. Ich glaube, wenn man es auf die heutige Situation bezieht, wird ein entscheidender Unterschied zwischen der Ukraine und zwischen Russland deutlich. Und da ist das Magdeburger Recht eine Prägung, da gibt es aber auch viele andere Prägungen. Das ist aber in die Kultur übersetzt. In der Ukraine gibt es schon immer einen sehr starken Drang nach Selbstverwaltung, nach demokratischer Selbstfindung, ein Bedürfnis danach, seine eigenen Angelegenheiten selbst zu regeln. Und dass Städte in der Ukraine das Magdeburger Stadtrecht übernommen haben, ist ja ein Ausdruck dessen. Und wie kommt es, dass die ausgerechnet Magdeburger Stadtrechte übernehmen? Wir können ja über die deutschen Bezüge gleich noch was sagen. Aber der entscheidende Punkt ist aus meiner Sicht, dass es schon immer einen großen Unterschied gibt zwischen der Sehnsucht nach Selbstverwaltung und Selbstbestimmung auf dem Gebiet der Ukraine und später dann in der Ukraine selbst. Und der sehr starken Sehnsucht nach zentraler, häufig auch harter und autoritärer Herrschaft in Russland. Und das sehen Sie bis heute. Das setzt sich bis heute fort. Und das sieht man auch in den 90er Jahren, in den 2000er Jahren, dass diese Prägungen einfach ganz unterschiedlich sind. Und das ist einer der entscheidenden Unterschiede zwischen der Ukraine und Russland bis heute. Und in der Ukraine gibt es eben eine lebendige Zivilgesellschaft. Und auch jetzt wieder eine dezentralisierte Gesellschaft, während man Russland sozusagen zum Zaren guckt oder zum Generalsekretär der KPDSU oder zum Präsidenten und sehr stark zentralistisch agiert. Es gibt insbesondere dann in der polnisch geprägten Zeit und in der polnisch-litauisch geprägten Zeit in der Ukraine gezielte Ansiedlungen von Deutschen und viele deutsche Bezüge. Und das ist ganz interessant, wenn man heute auf die Suche geht nach diesen deutschen Bezügen in der Ukraine. Also Deutschland hat für die Ukraine nicht nur jetzt, sondern auch schon früher eine wichtige Rolle gespielt. Da kommen wir noch drauf zu sprechen, wenn wir einen Zeitstrahl voran streiten. Jetzt waren wir im Mittelalter, jetzt gehen wir so Ende des 15. Jahrhunderts. Da tauchen neue Akteure auf und zwar in den Flüssen Dnieper, Donn und Jaik. Was waren denn das für Akteure? Ja, also der Dnieper, nach sozusagen aktueller ukrainischer Bezeichnung der Dnipro, und das ist ja Teil des Grenzlandes mit den schwierig zu definierenden Grenzen, das ein Stück weit auch schwierig zu beherrschen ist, wurde sehr früh für die Schifffahrt genutzt, hatte aber gefährliche Stromschnellen. Und da gab es immer wieder Gegenden, da musste man über Land gehen, um an diesen Stromschnellen vorbeizukommen. Und in diesen Gegenden haben sich übrigens auch wieder mit dem Ziel, einer Selbstverwaltung eine eigene Struktur zu gründen, die Kosaken eine eigene staatliche Struktur gegeben haben, eine eigene Siedlung aufgebaut und die haben für das Selbstverständnis der Ukraine eine sehr große Bedeutung, weil man mit dem Hitmanat so eine Art protodemokratische Regierung hatte, wo man sich eigene Regeln fürs Zusammenleben gegeben hat. Und ganz sicher steckt da auch der Geist drin, man lässt sich von niemandem beherrschen, sondern man lebt da sein eigenes Leben. Und das haben die Kosaken in ihrer Siege eben gemacht. Was ist eine Siege? Wo ist die? Wie schaut das aus? Ja, also die berühmteste dieser Siedlungen gibt es auf einer Insel, die Hortize heißt. Das sind im Grunde aus Holz gebaute Siedlungen, häufig mit Palisaden versehen. Aber ich glaube, die politische Komponente ist eben wichtig. In der Ukraine macht man bis heute Witze darüber, dass man, wenn man drei Ukrainer zusammen hat, dass mindestens zwei davon Hitmanen sind, also dass man sich selbst in der Siege zusammenfindet und die eigenen Angelegenheiten regelt. Das ist sozusagen das politische und das geografische miteinander verbunden. Also es geht um die Saporoger Kosaken und das Hitmanat. Das sind zwei wichtige Begriffe. Erklären Sie bitte nochmal, was ein Hitmanat ist? Ja, der Hitman ist so etwas wie der Herrscher gewesen, der aber nicht in sehr starker, autoritärer Manier herrschen konnte. Keine genau bestimmte Geografie, haben wir ja darüber gesprochen, Kosaken auch mit einer sehr freien Art zu leben. Aber dann doch jemand, der das Zusammenleben organisiert und der Entscheidungen trifft. Und das ist eine sehr, also es gibt ja auch ein paar sehr berühmte Hitmanen. Die kommen gleich. Eine sehr ukrainische Form des Zusammenlebens, die eben bis heute für die Ukraine eine sehr prägende Entwicklung hat. Und wir gehen ja gerade diese Stationen durch. Und da wird ja nochmal deutlich, wie unterschiedlich das eigentlich ist von der Vorstellungswelt, die man, glaube ich, auch häufig in Deutschland gefunden hat über diese ganze Region, wo man sehr stark über Moskau, über die Sowjetunion, über das Russische Reich die Gegend begriffen hat. Wenn man sieht, die Kiewa-Rus, die Saporoga-Kosaken, es entsteht ein völlig anderes Bild einer viel dezentraleren und, ich glaube, das kann man auch so sagen, einer freieren Art, sich zu organisieren, als dann das, wenn man nur sozusagen über Moskau da hinguckt, begreifen würde. Um kurz einen Bezug zur Gegenwart herzustellen, auch geografisch, Saporoga-Kosaken in der Nähe ist ein Ort, der auch jetzt oft in den Nachrichten ist, nämlich Saporica mit den Atomkraftwerken. Ist das so? Ja, das ist so. Also die Stromschnellen waren ja da in der Nähe. Später hat man den Fluss bearbeitet mit Talsperren und man hat natürlich den Fluss genutzt mit Stauseen, Talsperren, mit allen möglichen Dingen, um industrielle Strukturen entlang des Flusses aufzubauen. Wenn man in der Gegend ist, kann man die historischen Bezüge aber immer noch verstehen. Also es gibt zwar die ganzen industriellen Siedlungen entlang des Dnipro, Saporiche gehört dazu, auch das Atomkraftwerk Energo da. Wenn man dort steht am Fluss und in die Landschaft schaut, stellt man aber fest, das ist immer noch Steppe. Man kann kilometerweit sehen, das ist flaches Land. Also man kann sich schon vorstellen, wie das war, als Kosaken dort unterwegs waren. Das heißt aber auch, der Ort Saporiche, der Fluss Dnipro, die gesamte Gegend hat für die Ukraine eine besondere historische Bedeutung, ist in besonderer Weise aufgeladen, hat eine ganz klare Bezüge zur ukrainischen Geschichte. Das spielt vielleicht jetzt gerade nochmal eine besondere Rolle, weil die Front so dicht an Saporiche verlief. Ein ganz bekannter Name, den man mal gehört haben muss, und der auch noch sehr prägend ist für das Geschichtsverständnis der Ukraine, ist ein Hetman, Kosake, der heißt Helmnitzki. 1648 hat er eine Volkserhebung gegen die polnische Herrschaft angezettelt, angeführt, in denen er auch verschiedene Kosaken vereinbart hat. Warum ist er so bedeutend? Ja, Bohdant Melnitzki ist sehr bedeutend für die ukrainische Geschichte, aus mindestens zwei Gründen. Zum einen gilt er als erster Ursprung einer echten ukrainischen Nationalbewegung, weil er eine Emanzipierung von der damals polnischen Herrschaft vorangetrieben hat, unterschiedliche Kosaken zusammengeführt hat, um diesen Widerstand gegen Polen zu organisieren. Aber es gibt einen zweiten Aspekt, der bis heute ja eine ganz wichtige Rolle spielt, weil Bohdant Melnitzki im Zuge dieser Auseinandersetzung auch temporär Schutz gesucht hat bei den russischen Herrschern. und es bis heute in der Geschichtsschreibung auf der russischen und auf der ukrainischen Seite völlig unterschiedliche Ansichten darüber gibt, was das eigentlich bedeutet hat. Und das ist aus russischer Perspektive ein sehr wichtiger Moment in der russisch-ukrainischen Geschichte, in der ukrainischen Perspektive eher eine temporäre Episode, aber da wird über Bohdant Melnitzki bis heute gestritten. Das Denkmal von Bohdant Melnitzki in Kiew steht übrigens gar nicht so weit weg vom heiligen Wladimir, auf dem zentralen Platz zwischen zwei Klostern. Und das ist, finde ich, deswegen eine ganz interessante Symbolik, weil dieses historische Stadtzentrum von Kiew ja in der Stalin-Zeit komplett umgestaltet werden sollte. sich aber einige Helfer und Unterstützer der Ukraine durchgesetzt haben, damit das nicht-stalinistisch alles platt gemacht wurde. Dieser in Anführungsstrichen Vertrag, den der Helmnitzki mit dem damaligen Zahn geschlossen hat, kam im Jahr 1654 zustande. Und wie gesagt, Sie haben ja schon gesagt, in der Ukraine und in Russland gibt es da zwei vollkommen unterschiedliche Sichtweisen, wie denn dieser Vertrag zu bewerten ist, ob er überhaupt als Vertrag zu bewerten ist, ob er als Anschluss zu bewerten ist oder einfach nur als lockerer Verband mit Hilfe gesucht. Er wird aber von Russland sehr ernst genommen, quasi als Anschluss. Und 300 Jahre später ist auch dann was passiert mit Bezug auf diesen Datum. Ja, also die russische Geschichtsschreibung zu dieser Vereinbarung von Periaslav, auf die Sie ansprechen, ist wirklich interessant, weil das aus russischer Perspektive als so eine Art Wiedervereinigung angesehen wird. Und das ist bis heute eine Perspektive, die sehr wichtig ist, wenn man Putin verstehen will, weil Wiedervereinigung sagt ja schon, es gibt so etwas wie eine natürliche Ordnung und die natürliche Ordnung ist, alles ist Russland und dann passieren irgendwelche historischen Missgeschicke, also polnische Einflüsse, litauische Einflüsse, irgendwelche anderen, jetzt wären es vielleicht amerikanische Einflüsse. Aber diese Missgeschicke müssen beseitigt werden, notfalls muss man das mit Gewalt machen, damit die natürliche Ordnung wieder sozusagen das große Russland wieder entsteht. Und die Figur finden Sie schon bei der Vereinbarung von Periaslav in der russischen bürgerlichen Geschichtsschreibung, aber später auch in der sowjetischen Geschichtsschreibung, die das immer wieder so beschreibt. Wenn man sich das historisch genau anguckt, stellt man fest, naja, zu dem Zeitpunkt, als die Vereinbarung von Periaslav getroffen wurde, gab es ja noch gar kein russisches Reich. Das ist ja erst viel später entstanden. Das spielt aber sozusagen in diesen russischen Überlegungen offenbar nicht die entscheidende Rolle, dass es das russische Reich noch gar nicht gab in der Form. Man hat dann 300 Jahre später den Anlass dieser Vereinbarung von Periaslav genutzt, um zu sagen, das ist jetzt der Zeitpunkt, um die Zugehörigkeit der Ukraine zur Sowjetunion und die ukrainische Sowjetrepublik dadurch zu würdigen, dass die Krim jetzt auch zur Ukraine gehört. Was bis heute aus russischer Sicht, glaube ich, mehrfach dann auch wieder umgedeutet wurde, was das eigentlich war. Was wir, glaube ich, aber hier festhalten können, weil Sie mich darauf angesprochen haben, ist, es war also nicht der betrunkene Khrushchev, der aus einer Laune heraus die Krim an die Ukraine verschenkt hat. Also diese These gibt es übrigens wirklich, dass er betrunken war und das da gemacht hat. Ja, dass er aus einer Laune heraus verschenkt hat, sondern offensichtlich steckte da eine sehr ideologisch getriebene Geschichtsschreibung, das Jubiläum dieser Vereinbarung von Periaslav aus russischer Sicht dahinter, um diese angebliche Wiedervereinigung zu bekräftigen, dadurch, dass man die Krim jetzt der Ukraine zuschlägt. Wobei man zur Krim, da kommen wir vielleicht noch drauf, auch noch viele Dinge sagen könnte. Die Krim hat ja sozusagen eine sehr bewegte Geschichte, wo die russische Geschichtsschreibung aus meiner Sicht, also die aktuelle politische behauptete Geschichtsschreibung aus Russland, nicht zutrifft. Aus ukrainischer Perspektive ist die Sicht auf Periaslav und auf Renmitsky völlig anders. Das ist eine temporäre Vereinbarung gewesen, um Schutz zu suchen und man ist von Russland betrogen worden in dieser Vereinbarung. Das ist die ukrainische Perspektive darauf. Ich bleibe noch bei dem Helmitsky, weil es auch noch etwas zu besprechen gibt, was etwas ernster ist. Er war nicht besonders zimperlich. Der polnische Adel hat damals große Teile der heutigen Ukraine dominiert. Und viele Juden wurden auch vom polnischen Adel beauftragt, Geld einzutreiben und öffentliche Dienste zu verrichten. 1648, auch durch diesen Helmitsky, gab es etwa 20.000, so schätzt man heute, jüdische Opfer durch Pogrome. Ja, die jüdische Geschichte in der Ukraine ist sehr bewegt, aber auch immer wieder sehr brutal. Es gibt eine sehr lange jüdische Geschichte in der Ukraine, angefangen von Juden, die sich entlang der Handelswege damals in Richtung Ungarn angesiedelt haben. Aber dann, in der Zeit, auf die Sie ansprechen, war es so, dass die polnischen Adeligen, die das Land besessen haben in der Ukraine, sehr häufig Pächter hatten, die Juden waren. Die Juden durften kein Land besitzen, konnten das Land aber pachten, hatten dadurch aber auch diesen Schutz der polnischen Adeligen. Aber im Zuge der Aufstände oder des Widerstandes gegen diese polnischen Adeligen sind leider auch immer wieder Judenopfer dieser Aufstände, die sich ja eigentlich gegen die polnischen Adeligen gerichtet haben, geworden. Das ist, glaube ich, etwas, was wir in der Geschichte der Ukraine noch öfter sehen. Das ist nicht ungewöhnlich, dass historische Figuren Ambivalenzen aufweisen. Das ist, glaube ich, bei historischen Figuren in anderen Ländern auch so. Aber das ist eben eine der Ambivalenzen von Bokhtar Schmanitzki. Es gibt eine weitere Figur, die hier nicht unerwennend bleiben darf, wenn man sich mit Grundlagen der ukrainischen Geschichte beschäftigt. Auch ein Hettmann, Ivan Maseppa. Er wurde in Polen im Kiewer Kollegium ausgebildet und wurde 1687 zum Hettmann gewählt. Es gibt ein ganz bekanntes Gemälde, das zeigt, wie Kosaken einen Brief an den Sultan schreiben. Können wir so beginnen? Naja, das deutet ja schon darauf hin, dass die Kosaken immer wieder gesucht haben, mit wem kann man eigentlich zusammenarbeiten, um die eigene Eigenständigkeit zu sichern. Und das Gebiet der heutigen Ukraine hat eben auch eine Zeit, die sehr stark geprägt worden ist. Sie haben den Sultan angesprochen. Und ich verstehe das Ganze so, dass die Kosaken und so auch Maseppa immer wieder taktisch versucht haben, wie können wir unsere Eigenständigkeit sichern. Und dann hat man mal mit dem einen, mal mit dem anderen zusammengearbeitet. Und in dem Fall auch mit dem Sultan. Der Sultan wollte eigentlich, dass sie mit ihm zusammenarbeiten, aber sie haben ihn dann böse abblitzen lassen, dem sie in unflätige Dinge geschrieben haben. Aber dieser Ivan Maseppa ist auch deswegen bekannt geworden, weil er sich nicht mehr an den Zar gehalten hat, sondern weil er sich einen anderen Verbündeten gesucht hat. Naja, das ist das, was ich sage. Man hat immer mal wieder geguckt, mit wem kann man zusammenarbeiten, um... Letztlich ging es darum, um sich Freiheit und Eigenständigkeit zu sichern. Also tatsächlich hat er sich dann mit dem Schweden verbündet. Hat dann allerdings sehr verloren. Waren in Poltava nur dann nicht mehr viele dabei. Und er hat es nicht geschafft. Er hat es nicht geschafft, dass tatsächlich viele auf dieser Seite mitkämpfen. Und es haben ja viele Kosaken dann tatsächlich auf der Seite des russischen Zaren mitgekämpft. Und die Schlacht von Poltava ging verloren. Ja, und er musste dann, Ironie der Geschichte, zum Sultan fliehen tatsächlich, wo er dann auch später gestorben ist. Aber auch nicht, dass das für die Kosaken, die auf die Krim geflohen sind oder anderswohin, hat das auch nie zu dem geführt, was sie sich gerne erhofft hätten. Nur auch dieses Ereignis wird von beiden Seiten vollkommen unterschiedlich interpretiert. Während halt der Marsepa aus der russischen Sicht der Verräter ist, auf dem er sich nicht verlassen kann. Und auf diese kleinen Russen, die alle sehr unzuverlässig sind, ist er auf ukrainischer Seite so etwas wie ein kleiner Volksheld. Naja, dieser Blick auf die kleinen Russen aus russischer Seite ist ja sozusagen, glaube ich, immer stärker geworden über die Zeit. So eine Arroganz. Das wären irgendwelche primitiveren Bauern, die man von oben herab angucken kann. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass das historisch nicht die richtige Perspektive ist. Aber das hat sich, glaube ich, über die Jahrhunderte in Russland sehr festgesetzt. Und das merkt man bis heute, dass man mit einer gewissen Überleblichkeit auf diese Regionen, auf die Menschen da guckt. Jetzt sehe ich eine kleine Anekdote. Ich bin Fan von Josef Roth, also dem Schriftsteller. Und er hat immer geschrieben, so zur Zeit des 19. Jahrhunderts. Und da kommen in den Büchern öfter Routenen vor. Und als ich das als Jugendlicher gelesen habe, da habe ich dann mir nachgeschaut, was sind denn eigentlich Routenen? Also damals gab es noch Lexikas. Und im Lexika stand drin, Routenen sind ein Bauernvolk. Punkt. Relativ unbedeutend. Da habe ich mir gedacht, okay, relativ unbedeutend. Bis ich dann später draufgekommen bin, dass ja da mehr dahinter steckt. Dass das die eigentlichen Ukrainer sind, die sich dann von den Moskowitern abgegrenzt haben. Ja, nicht zuletzt durch religiöse Fragen und die Zugehörigkeit in eine andere religiöse Richtung. Aber es ist natürlich auch was Wahres dran. In der Ukraine gab es und gibt es sehr fruchtbare Böden. Es war gut, auf dem Land zu leben. Und natürlich haben viele Ukrainer, und das ist bis heute ja auch in der Tradition der Ukrainer sehr stark drin, auf dem Land gelebt. Während häufig in den Städten künstliche Bevölkerung angesiedelt worden ist, von woanders her gebracht worden ist. Deswegen hat man ja bis heute manchmal das Phänomen, dass in manchen Städten über lange Zeit Russisch gesprochen wurde, zum Beispiel. Aber auf dem Land drumherum ukrainisch. Bleiben wir noch bei der Geschichte. Gehen wir jetzt den nächsten Step weiter. Es gab einen großen Staat, Polen-Litauen. Und Ende des 18. Jahrhunderts wurde der geteilt zwischen Preußen, Russland und Habsburg-Österreich. Was ist dann darauf gekommen? Wie hat sich dann die Ukraine formiert? Ja, ich glaube, wenn man es grob einteilen will, ist die entscheidende Frage, welche Teile der Ukraine waren nie unter russischer Herrschaft. Ich glaube, das ist bis heute eine ganz wichtige Unterscheidung. Die Frage, ob man die Ukraine nur dadurch begreifen kann, dass man sich die Frage stellt, von welchen Imperien das Gebiet beherrscht worden ist, würde ich aber auch zumindest mal in Zweifel ziehen wollen. Aber auf jeden Fall gibt es unterschiedliche Prägungen durch die Gegenden, die, ich würde sagen, die entscheidende Unterscheidung ist tatsächlich, die 100 Jahre später unter russische Herrschaft gekommen sind oder die nie unter russische Herrschaft waren und die, die unter russische Herrschaft waren. Also ein Teil hat auch dann Deutsch gesprochen oder die Amtssprache war dann Deutsch in Volunien und nun die Gegend von Lemberg durch die Österreicher. Und es gab dann auch viele Minderheiten, die haben wir schon mal angesprochen. Also darunter waren viele Juden, Deutsche, die dann kamen nach dieser Teilung. Armenier, Griechen, viele andere. Rumänen, Ungarn und es war immer ein großes Vielvölkerreich. Man merkt diese Heterogenität bis heute. Wenn Sie in der Ukraine 500 Kilometer mit dem Auto fahren, verändert sich die Architektur und das Lebensgefühl. Wenn Sie in Russland 5000 Kilometer mit dem Auto oder mit dem Zug fahren, sieht die Stadt, in der Sie aussteigen, so aus wie die Stadt, in der Sie eingestiegen sind. Da merken Sie ja den Unterschied ganz plastisch. Können Sie noch mal was zur deutschen Minderheit sagen, die damals eine bedeutende Rolle gespielt hat? Was genau? Naja, also so ab 1780 wurden durch Katharina die Große viele deutsche Minderheiten, dann Mennoniten waren das oft, in die Ukraine geholt. In das Land geholt. Um es zu urbanisieren, um aufzubauen. Sind da heute noch Reste zu sehen? Gibt es eine Prägung davon? Ja, also es gibt es weniger als in anderen Gebieten, wo Deutsche angesiedelt worden sind. Man merkt es am ehesten dadurch noch, dass zum Beispiel die evangelisch-lutherische Kirche in manchen Gegenden noch vertreten ist mit kleinen Gemeinden. Aber es gibt sicherlich, also es gibt nicht mehr so starke Spuren dieser Deutschen in der Ukraine. Diese Zeit war auch so die eigentliche Entstehungszeit des Hassidismus, eine jüdische Strömung. Können Sie dazu was sagen? Naja, wir haben ja schon angefangen, über die jüdische Geschichte der Ukraine zu sprechen. Wenn man in der Ukraine lebt, kriegt man relativ schnell mit, dass der Ort Uman eine sehr große Rolle spielt. Dass da zu Feierlichkeiten jedes Jahr sehr viele anreisen. Und man merkt auch mit, dass es sehr viele Querverbindungen gibt zwischen jüdischer Kultur und auch bis hin zu wichtigen Vertretern des Staates Israel und der Ukraine. Also Ben-Gurion und Golda Meir sind in der Ukraine geboren? Das ist so. Und ich glaube noch viele andere. Das Bemerkenswerte, finde ich, auch aus der Erfahrung in der Ukraine ist, dass das trotz der Schwierigkeiten der Geschichte völlig unspektakulär und normal aufgenommen ist in der ukrainischen Gesellschaft, dass man damit völlig natürlich umgeht. Dass es diese Unterschiedlichkeiten gibt. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, über den ich vorhin schon mal sprach. Die Ukraine hat mit ihrer Heterogenität offensichtlich überhaupt gar keine Probleme. Wogegen Russland immer sehr stark sozusagen auf Einheitlichkeit und insbesondere auch religiöse Einheitlichkeit pocht. Man könnte auch anders argumentieren. Ein Staat, der eben sehr heterogen ist, und man kann sich ja einzelne Episoden aus der Geschichte herauspicken, ist relativ unstabil von Natur aus, von seiner Struktur aus. Ja, was meinen Sie mit unstabil? Also Nationalstaaten, die Schwierigkeiten hatten oder Staaten, die immer wieder Schwierigkeiten hatten, sich weiterzuentwickeln oder ihre Staatlichkeit in unterschiedlichen Phasen, in unterschiedlichen Formen erlebt haben, gibt es ja in Europa ziemlich viele. Gut, also machen wir es doch etwas konkreter. Also im 19. Jahrhundert gab es, wie in eigentlich auch allen europäischen Staaten, auch eine Nationalbewegung in der Ukraine, die allerdings selbst sehr heterogen war, sich auch nie durchsetzen konnte. Jetzt haben wir Ende des Ersten Weltkriegs, 1918. Und jetzt gibt es vielleicht die Möglichkeit, Selbstbestimmungsrecht der Völker, so ein Punkt von Wilson, dass auch die Ukrainer endlich ihren Start bekommen. Ja, viele Ukrainer oder einige Ukrainer haben damals gedacht, jetzt kommt so eine Art drittes, goldenes Zeitalter. Nach der Kiewa-Rus und dem Hitmanat gibt es jetzt die Chance auf einen ukrainischen Start. Aber das war sozusagen anders als in den baltischen Staaten schwieriger, war nicht die Möglichkeit, so eine eigene, staatliche, möglicherweise auch demokratische Erfahrung zu machen. Und das war nur von kurzer Dauer. Also es gab zwei Episoden, in der kurzfristig, für ein paar Monate nur, und das andere mal für ein paar wenige Jahre, zwei Jahre, ein Staat gegründet wurde, der allerdings, und jetzt kommen wir wieder darauf zu sprechen, sehr unstabil war und sich nicht durchsetzen konnte. Vielleicht auch aufgrund dieser Heterogenität. Es ist sicherlich in einem Land dieser Größe mit, wir haben am Anfang darüber gesprochen, mit schwer zu definierenden geografischen Grenzen, mit großer Heterogenität, mit religiöser Vielfalt, nicht so einfach. Und ich glaube, wir sehen die ukrainische Staatsbildung ja immer noch, ich habe ja am Anfang gesagt, es ist eine Staatsbürgernation. Wir haben das ja, glaube ich, in den letzten 30, 40 Jahren, vielleicht nochmal besonders intensiv in den letzten 20, 10 Jahren, beobachten können, dass die ukrainische Nationenbildung ja weitergeht. Das ist ein Prozess, der noch läuft. Ja, und wer sich dann durchsetzen konnte, so Anfang der 20er Jahre, waren dann die Bolschewiken, die das Land dann eingegliedert haben als Teil der Sowjetunion. Und am Anfang lief das auch relativ gut, flüssig. Die Ukraine hat sich entwickelt, in kultureller Hinsicht, in technischer Hinsicht, bis dann Josef Stalin, so Anfang der 30er Jahre, die Ukraine industrialisieren wollte und nach vorne bringen wollte. Was ist da passiert? Na, zunächst mal muss man sagen, diese sowjetische Phase der Ukraine ist bis heute sehr prägend, weil zum einen viele Ukrainerinnen und Ukrainer haben über den Freiheitsgeist gesprochen, sich geweigert haben oder zumindest innerlich im Widerstand waren zu dieser sowjetischen Zentralmacht. Aber weil auch die Kommunisten sehr unterschiedliche Phasen durchgemacht haben. Also es gab eine Phase, wo man dachte, man kann auch ukrainischsprachig und als Ukrainer ein guter Kommunist sein. Und dann hat man die ukrainische Sprache eher gefördert unter ukrainische Kultur. Und dann gab es wieder eine Phase, wo man gesagt hat, das muss alles russisch und vereinheitlicht werden. Und die ukrainische Kultur muss im Grunde verschwinden. Dass es so unterschiedliche Phasen gab, deutet für mich darauf hin, dass die Kommunisten nicht so ein richtiges Rezept gefunden haben, wie man der Ukraine eigentlich Herr werden kann. Stalin hat es versucht mit dem, was er überall gemacht hat, mit sehr harten Repressionen und vor allen Dingen dann mit dem für die Ukraine bis heute, für die Identität sehr wichtigen Holodomor, also mit einer künstlichen Hungersnot. Aber auch mit Umsiedlung, mit ganz vielen sehr, sehr brutalen Methoden. Und diese Stalin-Zeit ist für die Ukraine bis heute von Bedeutung, weil sehr viele Menschen umgebracht worden sind in den Säuberungen. Vorher schon sehr viele Menschen ausgehungert worden sind, ganz gezielt. Weil gezielt Bevölkerung von anderswo angesiedelt worden ist in der Ukraine während der Industrialisierung. Ich habe das vorhin erwähnt, wenn Ukrainer sehr stark auf dem Land gelebt haben, hat man eben Bevölkerung von anderswo aus Russland in die Städte gebracht. Aber auch sozusagen die Förderung dessen, dass es gab ja auch eine Tradition von kommunistischen Ukrainern, die ja auch in der Sowjetunion bis sehr weit nach oben gekommen sind. Also wenn man Karriere machen wollte, konnte man das nur noch über Moskau und über die Partei machen. Das hat also die Struktur des intellektuellen Lebens, die Eliten, überhaupt die Zusammensetzung der Bevölkerung in der Ukraine vollkommen verändert. Und die Folgen spürt man bis heute, wie in vielen anderen Sowjetrepubliken auch. Der Zweite Weltkrieg hat dann nochmal was sehr Einschneidendes gebracht, aber gehen wir nochmal zurück auf den Holodomor, wie er ja im Fachbegriff heißt. Er wurde auch vom Bundestag anerkannt vor wenigen Jahren als Völkermord tatsächlich. Nochmal zurück. Wie kam es dazu? Was waren die Auswirkungen? Wie ist es heute noch prägend in der Ukraine? Wie merkt man das im Geschichtsbewusstsein? Ja, ein Teil, also die Entstehung des Holodomor, also einer künstlich erzeugten Hungersnot. Jetzt ist die Frage, was wirklich bewusst erzeugt, eine Hungersnot oder war es einfach nur ein, aufgrund unüberlegter, dummer Entscheidungen von Bürokraten aus Moskau, ein, wie es die Russen sagen würden, naja, Art Abfallprodukt, was ja dann entstanden ist. Es war eine künstlich-politisch erzeugte Hungersnot? Bewusst erzeugt. Die sich gezielt, ja, bewusst politisch erzeugt, die sich gezielt gegen die Ukrainer gerichtet hat. Davon bin ich überzeugt. Das ist auch der Grund, warum der Deutsche Bundestag und viele andere Parlamente den Holodomor als Genozid anerkannt haben. Übrigens ja sehr spät. Also es hat ja lange gedauert, das war ein langer Prozess. Da brauchte es auch erst die Orange Revolution in der Ukraine, eine Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte in der Ukraine, um überhaupt auf diesen Weg zu kommen, dass der Holodomor begriffen wird und anerkannt wird als das, was es war. Natürlich spielt die kommunistische Misswirtschaft eine Rolle bei der Entstehung des Holodomor. Also ganz typisches Problem zunächst einmal. Es gab eine gute Ernte, dann erhöht man die Normen und dann gibt es eine schlechtere Ernte. Man kann die Normen nicht erfüllen und dann schickt man sozusagen die Eintreiber, um das Getreide einzutreiben. Aber wenn man sich dann ansieht, wie die Kommissare von der Bevölkerung das Getreide weggenommen haben, wie sie ganz gezielt in welchen Gegenden dafür gesorgt haben, dass die Leute sich nicht mehr ernähren können, dass die Sowjetunion zur gleichen Zeit aber auch Getreide exportiert hat, da sieht man schon, dass es eine ganz zielgerichtete Aktion war, um im Grunde die Bevölkerungsstruktur in ganzen Landstrichen zu ändern, um auf brutalste Art und Weise die Grundlagen für eine eigene ukrainische Identität im Grunde auszurotten und etwas Künstliches an diese Stelle zu setzen. Was ich bemerkenswert finde, ist im Zusammenhang mit Holodomor, dass die Ukraine das geschafft hat, nach der Orangenrevolution, die ja nicht nur positive Folgen hatten, wo man auch einiges kritisch diskutieren muss, was danach passiert ist, sich aber mit der eigenen Geschichte auseinanderzusetzen, die Vergangenheit zu bewältigen, Akten zu öffnen, sich Dinge anzugucken, auch Orte der Erinnerung zu schaffen, also das Denkmal für Holodomor, das jetzt in Kiew anerkannt ist und man könnte denken, das gibt es schon ewig, das ist ja erst in der Zeit danach überhaupt erst entstanden und das war für viele in der Ukraine ein sehr wichtiger Moment, weil das sozusagen als heimliches Wissen in den ukrainischen Familien über Jahrzehnte weitererzählt worden ist und dass es da jetzt eine Anerkennung der Opfer gibt. Das ist, finde ich, für die ukrainische Entwicklung, für die Entstehung der ukrainischen Nationen ein ganz wichtiger Moment gewesen. Ehrlicherweise muss man aber zugestehen, dass dieser Holodomor nicht auf die Ukraine beschränkt war. Es gab auch in Kasachstan und in anderen Regionen Russlands, die an Schwarze Meer grenzen, diese Hungersnot. Das ist ja ein Argument von Moskau, zu sagen, nee, wir haben nicht gezielt auf die Ukraine eingewirkt. Das war ein, Anführungsstrichen, versehen, eine Dummheit, die sich halt auf alle ausgewirkt hat. Aber es war kein Völkermord in diesem Sinne. Ja, das ist eine schwache und zynische Verteidigung Moskaus, die einige bei uns übernehmen, zu sagen, naja, das war halt sozusagen kommunistische Misswirtschaft. Aber das ist völlig klar erkennbar, dass der Holodomor, es gab Hungersnöte auch anderswo in der Sowjetunion, aus unterschiedlichen Gründen, aber das hat sich ganz klar gegen die Ukraine gerichtet. Für den Holodomor gibt es Erinnerungsorte, die Akten wurden geöffnet, es gibt wissenschaftliche Forschung dazu, es wird offen darüber berichtet. Es gibt aber auch einen anderen Menschen, der heißt Stefan Bandera, für den es jetzt Straßennamen gibt, für den es schon fünf Museen gibt, für den es offizielle große Erinnerungsorte gibt, der eine sehr unrühmliche Rolle gespielt hat und auf den auch Putin anspielt und auf seine Gemälde, auf seine Büsten, auf seine Präsenz in der Gesellschaft, wenn es um Entnazifizierung geht. Zunächst mal, also zu Bandera, also wir reden ja hier in München miteinander, kann man nochmal ganz besonders über Bandera sprechen, aber zunächst mal zu Putin. Putin bezieht sich auf einige in der neueren ukrainischen Geschichte, die insbesondere nach der Orangenrevolution auf Bandera Bezug genommen haben. Und ich glaube, da muss man auch sehr kritisch mit umgehen. Das ist aber überhaupt nicht das, was die ukrainische Gesellschaft jetzt, auch diese ukrainische Regierung, die jetzt im Amt ist, treibt oder was für die irgendwie eine wichtige Rolle spielt. Also Putin ist da ein bisschen stehen geblieben in seinem Trauma, glaube ich, noch aus dem Jahr 2006 mit der Orangenrevolution und den Entwicklungen danach. Es ist ja auch ganz bezeichnend, dass die politischen Parteien, die zum Beispiel auf Bandera in der neueren Geschichte sehr stark Bezug genommen haben, die Svoboda-Partei zum Beispiel, dass die völlig marginalisiert sind, dass die in der Ukraine im jetzigen Parlament und in der jetzigen Politik überhaupt keine wichtige Rolle spielen. Aber es wird natürlich von russischer Seite immer so ein bisschen wie so ein Gespenst hochgezogen, damit man zeigen kann, da gibt es Kollaborateure, da gibt es böse ukrainische Nationalisten. Und dann versucht man das so darzustellen, als sei das die ukrainische Gesellschaft heute. Klar ist, dass man mit Bandera aus meiner Sicht sehr kritisch umgehen muss. Wir müssen erst mal klären, wer er denn ist. Weil viele wissen das ja nicht und was er gemacht hat. Na, es ist ja in den letzten Jahren und vielleicht jetzt auch noch mal seit Kriegsbeginn häufiger darüber gesprochen worden. Also, Stepan Bandera, ein ukrainischer Nationalist, der mit den Nazis kollaboriert hat, der später gegen Nazis und gegen Bolschewiken gleichzeitig gekämpft hat, von einigen in der Ukraine als Held angesehen wird, andere sehen ihn eher kritisch, und der hier in München mit einem sehr prominenten Mord durch den bulgarischen Geheimdienst beauftragt vom KGB umgebracht worden ist in den 50er Jahren. Der aber auch die deutschen Truppen mit, also in seiner Organisation hat er den Hitlergruß eingeführt, in seiner Organisation hat er auch Slava Ukraine eingeführt, das eigentlich noch viel älter ist, aber aus dem Gedicht stammt, aber worauf sich diese Slava Ukraine heute immer noch bezieht, genau das Gleiche, mit den gleichen Wurzeln. Er hat Juden verfolgt, er hat Bolschewiken verfolgt, er wollte sich den Nazis andienen, hat es aber nicht geschafft, wurde dann ins KZ gesteckt, mit seinen Partisanen, hat er wieder gegen andere Partisanen gekämpft. Nach dem Krieg, also nach dem 8. Mai 1945 haben wir aber trotzdem noch weiter gekämpft, dann gegen die Sowjets bis 1953 sogar, die Waldbrüder, wie sie sich selbst nannten, ist ins Exil gegangen und Sie haben ja gesagt, wir sind hier in München, er war hier in München, er hat hier aus München Mordaufträge gegeben an die Ukrainer, an seine eigenen Leute, bis er 1959 auf ziemlich kuriose Weise, die Sie uns hoffentlich gleich schildern können, ermordet wurde vom einen KGB-Agenten. Ich finde zunächst mal, weil wir davor über Vergangenheitsbewertigung gesprochen haben, ich finde, das ist ein Punkt, der in der Ukraine auch noch Arbeit erfordert. Es gab eben, wie ich schon gesagt habe, nationaldemokratische und auch stärker nationalistische Kräfte, insbesondere nach der Orangenrevolution, die sehr stark auf Bandera Bezug genommen haben. Das ist für die aktuelle Regierung nicht prägend, aber ich glaube, man muss sich sowohl in Bezug auf die ukrainische Geschichte, aber zum Beispiel auch in Bezug auf das ukrainisch-polnische Verhältnis, muss man sich mit diesen Dingen auseinandersetzen. Da gibt es Dinge aufzuarbeiten. Und das fände ich auch richtig, wenn die Ukraine das macht. Was die Ermordung Banderas hier in München betrifft, ist das eine Geschichte, die vor allen Dingen deswegen spektakulär ist, weil das ein bulgarischer Geheimdienstagent war, aber beauftragt vom KGB. Das ist ein Modell, das häufig gebraucht wurde, dass man sozusagen andere Geheimdienste mit Dingen beauftragt. Aber Bandera ist mit einer vergifteten Spitze eines Regenschirms umgebracht worden. Und das ist so ein bisschen ein Agentenmord, wie man ihn sozusagen aus Filmen oder aus der Literatur kennt. Da kann man manchmal gar nicht glauben, dass das wirklich hier in München, in der Bundesrepublik Deutschland, in der Zeit des Wirtschaftswunders so passiert ist. Bleiben wir bei dieser Zeit, bleiben wir auch noch indirekt bei Bandera, denn seine Schergen waren auch mit dabei. 1941 im Juni ist die Wehrmacht in die Ukraine eingerückt. Wir sagen immer Russland-Feldzug, aber ein großer Teil war halt die Ukraine damals. kam im September nach Kiew und dort ist dann was passiert. Es hingen drei Tage lang große Schilder aus. Alle Juden mögen sich versammeln, weil sie umgesiedelt werden. Und dann ist etwas passiert, nicht nur in Kiew, sondern an mehreren Orten, also auch in Harkov und mehr, dass auch die heutige Gesellschaft in der Ukraine noch prägt. Ja, das ist etwas, was in der Geschichtsschreibung zum Zweiten Weltkrieg insgesamt auch bei uns etwas unterbelichtet ist, dass nicht nur das Gebiet der heutigen Ukraine eins der Hauptkampfgebiete war, sondern dass es da auch die meisten Opfer gab, aber Opfer nicht nur durch den Krieg, sondern was die Ermordung von Juden betrifft, war die Ukraine eins der Gebiete, wo das am schlimmsten gewütet hat. Und Sie sprechen an auf die Schlucht von Babi Nja und auf das dortige Ermorden von vielen tausenden Menschen. Ein sehr dunkles Kapitel, das auch eine schwierige Geschichte der Aufarbeitung und der geschichtlichen Darstellung hat. Der Erinnerungsort Babi Nja ist ja auch noch nicht so alt. Waren Sie schon da? Wie schaut es so aus? Ich war schon da. Das ist eine Schlucht heute in Kiew, oder? Das war früher bei Kiew, das ist heute in Kiew. Übrigens in der ersten Zeit der russischen Angriffe, als man einen Marschflugkörper in den Fernsehturm von Kiew schicken wollte, hat man Babi Nja getroffen. Was sozusagen, wenn man sich das historisch anguckt, noch mal eine besondere negative Wendung ist, dass jetzt Kiew wieder angegriffen wird und dass Babi Nja getroffen wird, diesmal sozusagen von dem russischen Imperium, das die Ukraine auslöschen will. Dieses Massaker ist, glaube ich, zu Recht etwas, das auch in der Aufarbeitung der Vergangenheit Deutschland und die Ukraine verbindet, wo ich das auch richtig finde, dass deutsche Kabinettsmitglieder, Bundespräsidenten, wenn sie in der Ukraine sind, immer wieder daran erinnern. Die Vernichtung der Juden auf dem Gebiet der Ukraine hat dann noch mal, Wir haben ja schon über die künstliche Veränderung der Bevölkerung in der Ukraine gesprochen, hat dann noch mal, glaube ich, sehr, sehr viel verändert in der Ukraine. Auch in der Ukraine nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich dann ein völlig anderes Bild ergeben. Es ist vieles, glaube ich, bis heute noch nicht aufgearbeitet, über das sich das zu sprechen lohnt. Und weil sie darauf angespielt haben, ich finde, in der Ukraine wird noch nicht genügend aufgearbeitet, welche Art von Kollaboration es gegeben hat. Ich finde, die Ukraine muss damit kritisch umgehen. Es gibt Ansätze dafür, aber ich glaube, das ist eine Aufgabe, die noch ansteht. Auf dem Besuch von Frank-Walter Steinmeier, der vor gar nicht allzu langer Zeit stattgefunden hat, ich glaube, es war kurz vor dem Einmarsch der Russen, hat er ja gesagt, dass es ein unterbelichtetes Kapitel ist in den Beziehungen beider Länder, hat er auch Beifall bekommen, durfte einreisen, nur kurz später durfte er nicht mehr einreisen. Da kommen im zweiten Teil darauf zu sprechen, diese ganzen Missverständnisse, die es gibt zwischen Deutschland und der Ukraine. Ich glaube, was das betrifft, war es kein Missverständnis, muss ich ganz ehrlich sagen. Herr Steinmeier hat in der Ukraine eine besondere Wahrnehmung, die, glaube ich, daraus resultiert, dass er noch zusammen mit anderen, aber eben auch er noch versucht hat, mit dem Präsidenten Janukowitsch zu verhandeln, als Janukowitsch friedliche Demonstranten auf dem Maidan hat erschießen lassen und dass später Steinmeier mit der sogenannten Steinmeier-Formel versucht hat, wenn man es positiv formulieren will, Bewegung in die Diskussionen zum Minsker Abkommen zu bringen, dass diese Steinmeier-Formel aber extrem negativ wahrgenommen worden ist in der Ukraine und dass man dann den Eindruck hatte, die ganze Sache soll irgendwie zugunsten Russlands gekippt werden. Bis hin dazu, dass sich wegen dieser Steinmeier-Formel auch der jetzige Präsident Selenskyj so ein bisschen die Frage gestellt hat, kann ich dem eigentlich vertrauen. Ich glaube, das ist das, was da später eine Rolle gespielt hat. Da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Wir waren beim Zweiten Weltkrieg. Wir waren dabei, das haben Sie noch angesprochen, dass sich auch die Bevölkerungsstruktur der Ukraine durch und mit den Kriegen geändert hat. Am Ende des Zweiten Weltkriegs gab es nochmal eine große Änderung. Und zwar 1943 in der Konferenz von Teheran wurde beschlossen, angeregt von Stalin, dass die Polen, die sich in der Ukraine befinden, umgesiedelt werden, wieder nach Polen und die Ukrainer, die sich in Polen befinden, wieder umgesiedelt werden, in die Ukraine, um dort quasi ethnisch homogen ein Gebilde herzustellen. Eigentlich der Traum eines jeden Nationalisten. Das ist die typische stalinische Politik, oder? Man schickt alle irgendwie umher und schiebt die Leute künstlich rum, damit man sie irgendwie beherrschen kann, damit es alles, damit sich sozusagen keine natürlichen, gewachsenen Strukturen mehr ergeben. Mit, also sicherlich individuell ganz brutalen Folgen, aber auch mit Langzeitwirkung. Wir sollten nicht vergessen zu dem, was Sie gerade gesagt haben, kommt noch hinzu, die Deportierung von Krim-Tataren nach Kasachstan und in entlegene Gegenden, die erst viel später, und auch das gehört ja zur neuen Nationenbildung der Ukraine hinzu, die erst viel später in der demokratischen Ukraine zurückkehren konnten auf die Krim. Und dann nach der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim wieder unterdrückt worden sind, wieder von Moskau aus. Ich glaube, was da deutlich wird, wenn Sie sagen, Verschiebung der polnischen Bevölkerung und der ukrainischen Bevölkerung, wenn man auf diesen Krieg blickt und auf das, was Russland gerade mit seinem imperialen Anspruch auf die Ukraine versucht, dann ruft das bei den Ukrainern die Erinnerung an Vertreibung, an künstlichen Hunger, an Umsiedlungen, ruft das immer wieder auf, weil das im kollektiven Bewusstsein sich über Jahrzehnte so festgesetzt hat. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir bei uns häufig unterschätzen, was sozusagen im geschichtlichen Bewusstsein der Ukrainer oder der Krim-Tataren zum Beispiel, die in der Ukraine leben, was sich da abspielt, aber woraus auch klar wird, warum zum Beispiel die Krim-Tataren immer die nationaldemokratische Bewegung der Ukraine unterstützt haben. Das erklärt sich natürlich sozusagen aus dieser Stalin-Zeit und aus dieser Sowjetgeschichte insbesondere unter Stalin. Noch ein Punkt, den man hier vielleicht ergänzen sollte. Es gab auch über eine Million, damals nannte man sie Ostarbeiterinnen, die von den Nazis nach Deutschland verschleppt wurden zum Arbeiten. Und als die nach dem Krieg wieder zurückkamen, wurden sie ja auch als Kollaborateure beschimpft oder auch direkt in einen Gulag gesteckt oder nach Sibirien abtransportiert. Das ist so, das gilt auch für Kriegsgefangene. Und was wir in dem Zusammenhang, glaube ich, erwähnen sollten, ist, weil das auch immer wieder Streit gab, ich erinnere mich auch an den Bundespräsidenten und den ehemaligen Botschafter Melnyk, in der Frage Zweiter Weltkrieg und wie Russland eigentlich den Zweiten Weltkrieg und den Großen Vaterländischen Krieg, wie es dort heißt, zu einer Ideologie aufgebaut hat und völlig versucht zu verdrängen, dass es sehr, sehr viele Ukrainer waren, die in der Roten Armee gekämpft haben. Auch unter denen, die bis zum Reichstag gekommen sind in Berlin, dass die Ukrainer sehr viele Opfer gebracht haben in diesem Zweiten Weltkrieg. Und ein Fehler wäre, das alles sozusagen Russland zuzuschreiben und daraus Schluss zu folgern, dass Deutschland eine historische Schuld ausschließlich gegenüber Russland hat. Das hat Russland ganz geschickt geschafft, sich in diese Position zu versetzen, aber es ist eben deutlich differenzierter und man muss da auch differenzierter drauf gucken, weil eben in der Roten Armee sehr viele Ukrainer gekämpft haben, weil Ostarbeiter, Ostarbeiterinnen sehr viele Ukrainerinnen, Ukrainer waren, die später noch mehr zu leiden hatten. Es lohnt sich, da detaillierter in die Ukraine zu schauen. Trotzdem, also seit dem 19. Jahrhundert ist unsere, in Anführungsstrichen, mentale Landkarte, wenn man in diese Gebiete schauen, von Russland komplett übertönt. Weil es natürlich die vorher schon eine Macht war. Es gibt, glaube ich, so eine gewisse Romantik, die da eine Rolle spielt. Also man hat gerne Gerd Ruge Dokumentationen über die russische Seele sich im Fernsehen angeschaut und auch gerne sich den Kosakenchor angehört oder das russische Ballett. Und daraus ist in Deutschland so ein Verständnis geworden, dass man die ganze Region über Moskau begreifen muss. Und wir haben ja heute schon über viele Aspekte gesprochen. Die eben völlig anders sind, wenn man sich mal die Mühe macht, nicht über Moskau und nicht aus dem Blick des russischen Reiches oder der Sowjetunion auf diese Region zu gucken, sondern die individuellen Nationen, Ethnien, Religionen, historischen Entwicklungen anzuschauen. Und das ist in Deutschland ein bisschen unterbelichtet. Warum wir als Deutsche so ein Verhältnis zu Russland haben, ist mir manchmal nicht so richtig erklärlich. Aber wenn man sich das anguckt, geht das ja schon sehr weit zurück. Es gibt lange historische Linien, wo immer wieder sozusagen so eine romantische Vorstellung von einer besonderen Partnerschaft zwischen Deutschland und Russland eine Rolle spielt. Man muss aber auch sagen, insbesondere in den letzten 20 Jahren hat Russland sehr hart daran gearbeitet. Das ist eine politische Aufgabe aus der Sicht des Putin-Regimes, die Geschichtsschreibung aus Moskauer Perspektive in den Köpfen zu verankern. Und die Ukrainer haben das nicht gemacht. Also ich will damit sagen, das ist nicht alles nur Zufall und natürlich gewachsen. Ich glaube, Russland hat viel dafür getan, seine Geschichtsschreibung auch in Deutschland zu verankern. Und für Putin, der sich ja, also ich würde es mal ironisch sagen, als Hobbyhistoriker begreift, ist Geschichtsschreibung eben Politik. Deswegen lässt er ja Schulbücher ändern. Deswegen lässt er die Geschichte umdefinieren in Zeitschriften, in Büchern. Deshalb begründet er seinen Krieg mit Geschichte. Darum schreibt er angeblich auch ein 20-seitiges Manuskript über Geschichte. Geschichtspolitik ist für Wladimir Putin eben heutige Politik. Das ist nicht historische Betrachtung, sondern er macht Geschichtspolitik, um die Gegenwart und um die Zukunft zu verändern. Bleiben wir bei der Geschichtspolitik seit dem Zweiten Weltkrieg. Ein wesentlicher Unterschied zwischen Russland und der Ukraine ist, dass man schon in der Ukraine verfolgen kann, dass es nicht nur dezentraler ist, wie Sie auch vorher beschrieben haben, sondern dass es auch schon so etwas gibt wie eine aufkeimende Zivilgesellschaft. Erst zu den Jahrestagen von Babin Jahr, später, 1986, im April, ist etwas sehr Entscheidendes passiert, was dann diese Zivilgesellschaft noch weiter nach vorne gebracht hat. Ja, also die Katastrophe von Tschernobyl 1986 gilt ja bei vielen als ein Nagel im Sarg der Sowjetunion. Da ist sicherlich auch was dran. Vor allen Dingen, weil man ja in der Ukraine die Folgen sehr stark gespürt hat. Es gibt bis heute ein Stadtviertel in Kiew, wo umgesiedelte Menschen aus Tschernobyl leben. Es gibt bis heute Programme für die Kinder aus Tschernobyl, beziehungsweise sozusagen aus den Orten, aus dieser gesamten Zone. Das ist im kollektiven Bewusstsein der Ukrainer, spielt das natürlich eine große Rolle, weil Tschernobyl nur 120, 130 Kilometer entfernt von Kiew liegt und weil natürlich in der Ukraine alle mitbekommen haben, was läuft und weil auch es häufig Ukrainer waren, die als Soldaten da eingesetzt waren in der Sperrzone oder als Liquidatoren, von denen ja auch sehr viele gestorben sind und weil über sehr langen Zeitraum Gorbatschow und das kommunistische Regime versucht haben, die ganze Sache irgendwie totzuschweigen und da kommt die kollektive Erinnerung wieder rein und die negativen Folgen für die Menschen sozusagen in Kauf zu nehmen. Ja, also die kommunistische Ideologie war wichtiger als die Frage, ob da jetzt Menschen verstrahlt werden. Das spielt natürlich sozusagen, passt in die Kette dieser historischen Ereignisse. Der damalige Staats- und Parteichef Michael Gorbatschow, der KPDSU, wie ich es ja schon beschrieben habe, wurde ja angefleht, er möge bitte die Mai-Paraden in Kiew nicht stattfinden lassen, hat es aber trotzdem durchgesetzt. Und seine Politik hat ihn definitiv für die Ukraine nicht zum Sympathieträger werden lassen. Ganz im Gegensatz zu den Deutschen, die natürlich immer noch verehren. Ja, als Michael Gorbatschow vor kurzem starb, hat man das ja nochmal gemerkt, dass man in Deutschland, glaube ich, auch mit viel guten Argumenten ein sehr positives Bild von Gorbatschow hat. Ich finde, wir Deutsche tun aber gut daran, zu gucken, warum haben andere das nicht so. Und da ist in der Ukraine sicherlich, erst mal hat man in der Ukraine grundsätzlich von keinem Generalsekretär der KPDSU ein positives Bild. Man war froh, als der Spuk vorbei war. Aber in den baltischen Staaten oder in Georgien ist Gorbatschow eben jemand, der durchaus auch die Fallschirmjäger geschickt hat, um noch irgendwie die Unabhängigkeit zu verhindern. Das wird bei uns manchmal ein bisschen vergessen. Wir sollten jedenfalls nicht mit deutscher Arroganz jetzt sagen, wir haben jetzt das Verständnis, dass wir allen anderen aufdrücken müssen, sondern wir sollten mal lieber zuhören, wie das war. In der Ukraine, das ist ja der Punkt, über den wir gerade reden, ist Gorbatschow damit verbunden, dass Menschen im Grunde dieser Ideologie geopfert worden sind, verstrahlt worden sind, dass man versucht hat, bis zuletzt die Dinge unter dem Deckel zu halten. Ich kenne viele in der Ukraine, deren Väter waren es häufig, in den Streitkräften eingesetzt waren oder in den Sicherheitskräften, irgendwo in der Sperrzone oder als Liquidatoren, die später furchtbare Strahlenschäden hatten, Krebserkrankungen. Es gibt sehr viele Krebserkrankungen durch Tschernobyl ausgelöst. Dass man da kein positives Bild hat von denen, die dafür Verantwortung getragen haben, das kann ich nachvollziehen. Was auch oft nicht bekannt ist, also als dann die Wende kam, 89, 90, gab es große Menschenketten, vor allem in den baltischen Staaten, die gab es aber auch in der Ukraine. Das ist ganz interessant, daran immer wieder zu erinnern. Es gab Menschenketten durch die gesamte Ukraine. Es gab auch vorher schon ab Ende der 80er Jahre Helsinki-Komitees, Menschenrechtsorganisationen. Also natürlich bezogen auf die Grundakte von Helsinki, aber die gab es in der Ukraine sehr intensiv. Dissidenten, die ukrainisch gesprochen haben, die eine nationaldemokratische ukrainische Bewegung begründet haben, die bis heute im Grunde Bezugspunkte sind. Auch später, während der Orangenrevolution oder während des Euromaidan, Bezugspunkte waren. Vyacheslav Jonneville ist da so ein Beispiel. Also schon Ende der 80er Jahre prominente Stimmen in der Ukraine, Dissidenten, die sich auf Menschenrechte berufen haben, aber die die Menschenrechte und Helsinki genutzt haben, um einen ukrainischen, nationaldemokratischen Gedanken nach vorn zu bringen. Und es gab aus dieser Bewegung heraus Organisationen von Menschenketten durchs ganze Land für die Unabhängigkeit der Ukraine. Und das Bemerkenswerte daran ist, dass alle, auch die Landstriche, von denen jetzt viele sagen, sie wären schon immer russisch gewesen oder hätten gerne weiter Sowjetunion gemacht oder hätten gerne immer zu Russland gehört, dass die da dabei waren. Und dass es eine ganz große Zustimmung gab zur ukrainischen Unabhängigkeit. Selbstlussprachige. Ja, inklusive im Donbass oder im Gebiet Lugansk oder auf der Krim eine ganz große Zustimmung zur Unabhängigkeit von Moskau und zur Unabhängigkeit der Ukraine und zu mehr Selbstbestimmung. Und dass diese Sprachfrage nie eine Frage war, wer die eine Sprache spricht oder die andere, der ist entweder Ukrainer oder Russe. Sondern bis tief in die 2000er Jahre hinein gab es einen ganz entspannten Umgang mit der Sprache. Und da war das kein so ein teilendes Kriterium und schon gar nicht so schematisch wie bei uns von einigen dargestellt. Also wer Russisch spricht, ist Russe und muss deswegen irgendwie zu Putin gehören. Das war über lange Jahre und Jahrzehnte keine politische Frage, welche Sprache man spricht. Und dass man Russisch spricht und Ukrainer ist, war völlig normal. Da kommen wir später noch drauf, wenn wir von der Geschichte weggehen und auf die Kultur und auf die Sprache kommen. Als dann am Tag nach der Unabhängigkeitserklärung, die wir ganz am Anfang hatten, so 25. August, wenn man erwacht ist, hatte plötzlich die Welt eine neue Atommacht und zwar die drittgrößte Nuklearmacht der Erde. Mit 1900 nuklearen Sprengköpfen, jetzt schaue ich das ab, ca. 2500 taktische Nuklearwaffen lagen auf dem Gebiet der Ukraine. Großes Problem. Ja, also großes Problem auch schon vorher, weil ja die Unabhängigkeit der Ukraine, in Wahrheit, die Unabhängigkeit von Ukraine und Belarus, das hat das Ende der Sowjetunion ausgelöst. Dadurch ist die Sowjetunion am Ende implodiert. Auch dadurch, dass dann aus der Sowjetunion. Das wird heute gefeiert in Russland als Unabhängigkeitstag Russlands. Das ist natürlich aber ein Euphemismus. Ja doch, die sind ja auch ausgetreten. Ja, gut. Aber ich glaube, dass die Ukraine und Belarus unabhängig sein wollten, hat das Ende der Sowjetunion besiegelt. Und das spreche ich deswegen so an, weil Wladimir Putin das ja als die größte geopolitische Katastrophe bezeichnet hat. Und weil die Frage, ob Russland ein Imperium ist, sehr stark mit der Frage verbunden ist, kann Russland die Ukraine kontrollieren oder nicht. Und Sie sehen, es konnte es nicht mehr sein, nachdem die Ukraine erklärt hat, sie ist unabhängig. Und dieser Streit oder dieser imperiale Anspruch aus Russland, der ist eben später sehr stark wieder aufgetaucht und spielt eine ganz entscheidende Rolle für diesen Krieg. Was die Nuklearwaffen betrifft, sind es ja nicht nur Nuklearwaffen. Es waren ja auch Marschflugkörper, Raketen, die für diese Sprengköpfe gedacht waren. Langstreckenbomber. Langstreckenbomber. Langstreckenbomber der Typen, die jetzt genutzt werden, auch heute früh wieder. TU-160. TU-160, um Raketen auf die Ukraine zu schießen. Es sind Marschflugkörper, die die Ukraine abgegeben hat, während dieses Krieges später auf die Ukraine geschossen worden. Für die Atomwaffen ist es etwas zwiespältig, weil ja, die Ukraine hatte taktische und strategische Atomwaffen, die in der Ukraine stationiert waren. Aber natürlich waren die Führungseinrichtungen und die Steuerungseinrichtungen, der Knopf, wenn man so will, waren natürlich zentralistisch auf Moskau ausgerichtet. Also hätte man theoretisch die zum Einsatz bringen können oder nicht? Nicht ohne weiteres. Die Ukraine hätte es hinbekommen können, weil natürlich in der Ukraine das Fachwissen, also sowohl die Militärtechnologie als auch die Wissenschaftler, verfügbar sind, um eine eigene Struktur dafür zu entwickeln. Aber zu dem Zeitpunkt war natürlich klar, die Steuerung dieser Atomwaffen geht nur aus Moskau. Aber das ist natürlich wichtig, dass wir heute darüber sprechen, weil in historischer Perspektive die Ukraine sich schon die Frage stellt, was haben wir eigentlich dafür bekommen und warum sind uns damals Sicherheitsgarantien zugesagt worden mit dem Budapester Memorandum, die nicht eingehalten worden sind. Und was sind die Lehren draus? Also noch mal zurück. Und es war damals ein großer Erfolg. Also das Budapester Memorandum, wenn man sich das anguckt, das war damals US-Präsident Bill Clinton. Das ist öffentlich als riesiger Erfolg gefeiert worden, dass man es geschafft hat, dass die Ukraine friedlich und freiwillig ihre Atomwaffen abgibt. Und man ist ja sehr weitgehende Verpflichtungen eingegangen. Aber als dann die Frage gestellt worden ist, ob man diese Verpflichtungen einhält, hat man sich gedrückt. Also heute fragt man sich natürlich, warum haben die die Atomwaffen abgegeben und die Waffen abgegeben? Die Ukraine war in den ersten Jahren ab 1991 international sehr isoliert. Und natürlich war dieser Schritt, freiwillig die Atomwaffen abzugeben, das war ein Weg raus aus der Isolation. Das war die internationale Anschlussfähigkeit für die Ukraine. Sie wurden dann diplomatisch geöffnet. Man hat Kontakte aufgenommen. Man ist überhaupt erst mal wahrgenommen worden als eigenständiger Staat und man konnte eigenständig agieren. Ich glaube, das hat die ukrainische Regierung damals auch sehr getrieben. Und gleichzeitig wollte man sich natürlich auch vom sowjetischen Erbe und von dieser Vorstellung, unser Land ist stark, wenn andere davor Angst haben, dass wir mit Raketen schießen, wollte man sich ganz gezielt auch entfernen. Aus historischen Gründen auch, über die wir gesprochen haben. Und jetzt sind wir, glaube ich, zumindest in einigen Kreisen in der Ukraine, in der Diskussion, muss man sich nicht doch wieder Atomwaffen anschaffen. Der Staat Ukraine war sehr unstabil damals tatsächlich. In den 2000er Jahren hat der Spiegel einen großen Artikel rausgebracht, das korrupteste Land der Erde oder so ähnlich. Die Korruption gab es nicht nur in der Verwaltung und in der Politik, die gab es auch tatsächlich dann bei Wahlen. Zum Beispiel 2004, da ist was passiert. Also, dass die Ukraine in den 90er Jahren und bis in die 2000er Jahre hinein einen sehr schweren Weg gegangen ist, das hat, glaube ich, etwas damit zu tun, dass die Sowjetunion Strukturen aufgebaut hat und Strukturen auch wirtschaftliche Fundamente so ruiniert hat, dass es ganz schwer war, sich da etwas aufzubauen. Es gab auch die Oligarchen, die dann die Privatisierung ausgenutzt haben. Ich komme auf die Oligarchen gleich, aber das ist ja zunächst mal etwas, das alle Sowjetrepubliken gemeinsam hatten. In der Ukraine hat es eine Entwicklung gegeben, die es auch in vielen Sowjetrepubliken gab, die dazu beigetragen hat, dass die Entwicklungen negativ verlaufen sind, nämlich als die nationaldemokratischen Bewegungen Anfang der, Ende der 80er Jahre stärker geworden sind, haben sich ja in der letzten Anstrengung versucht, die Kommunisten und Geheimdienstler an die Spitze der Bewegung zu setzen. Und in der Ukraine war es ja so, wie in anderen Sowjetrepubliken auch, die Ukraine war einerseits unabhängig, das wurde auch breit getragen und es gab eine nationaldemokratische Bewegung in der Ukraine. Aber der erste Staatspräsident war ausgerechnet ein ehemaliger kommunistischer Agitator, der sich jetzt da an die Spitze gesetzt hat. Das war ja in anderen Sowjetrepubliken auch so. Es haben dann einige, mir hat das mal ein ukrainischer Gesprächspartner, ich sage jetzt den Namen nicht, ein sehr bekannter, gesagt, der war also im Konsumol zu dem Zeitpunkt, hat gesagt, jetzt ist aber Kapitalismus, jetzt gehe ich vom Konsumol aus dem Kommunismus dahin, wo das Herz des Kapitalismus schlägt, ich gehe in eine Bank. Und das ist eine ganz typische Geschichte von Leuten, die aus dem kommunistischen Erbe kamen, da durchaus auch Eliten waren, und sich dann im Zuge von Privatisierungen bereichert haben, sich mit Banken und mit Privatisierungen und mit Krediten, die nie zurückgezahlt worden sind, sehr viel Geld angeeignet haben und sich dann das, was noch wertvoll war, in der Ukraine, Industriebetriebe vor allen Dingen, aber auch Immobilien, andere Dinge unter den Nagel gerissen haben und eine oligarchische Struktur aufgebaut haben. Und man sieht ja in der oligarchischen Struktur der Ukraine ab den 90er Jahren im Grunde alte Strukturen der kommunistischen Partei wieder. Also es gab über Jahrzehnte immer eine starke Vermengung zwischen Industriebetrieben in Nipro, wie es heute heißt, damals Nipropetrovsk, und Gewerkschaften dort und der kommunistischen Partei bis hin zu Generalsekretären der KPDSU. Und ein Zentrum dieses Oligarchentums in der Ukraine ist dann aber Nipropetrovsk geworden, mit ja auch einem ehemaligen Ministerpräsidenten, der mittlerweile zu Recht in den USA im Gefängnis sitzt, aber mit auch anderen Figuren, die Regierungsämter hatten oder nahe an Regierungsämtern waren. Der zweite Präsident, Kutschmer, der aus diesem Konglomerat stammt. Und ein Beweggrund für die Entwicklung ab 2004 ... Diesen offensichtlichen Wahlbetrug? Die Entwicklungen haben schon vorher eingesetzt. Es gibt ein ... Ich werde ganz kurz nochmal zurückgehen. Ein damals sehr bekannter Journalist, Mitbegründer der Ukrainska Pravda, Gongadze, der ermordet worden ist. Das war schon vorher. Weil er gegen Korruption und gegen Oligarchen recherchiert hat. Und da merkte man, dass Anfang der 2000er Jahre es in der Zivilgesellschaft ein großes Bedürfnis gibt. Da gab es dann dieses Gate. Ein großes Bedürfnis gibt. Ja, da gab es die Tapes, die klargemacht haben, dass im Grunde der Präsidialamtschef von Kutschmer ... Also, die Tapes haben nahegelegt, dass der diesen Mord in Auftrag gegeben hat. Oder zumindest davon wusste. Und dass es diese Verwicklungen gibt. Und dass es im Grunde oligarchische Strukturen sind, die die Politik gekapert haben und sich selbst beschützen. Und aus der ukrainischen Zivilgesellschaft heraus hat sich dann sozusagen ein Widerstand dagegen entwickelt. Im Grunde immer noch eine nachholende Entwicklung. Deswegen habe ich das so gesagt mit den kommunistischen Eliten, die später oligarchen geworden sind. Also im Grunde eine nachholende Entwicklung dessen, was bei uns in der DDR 1989 passiert ist oder in anderen Staaten 1990 in der Ukraine in mehreren Wellen immer wieder der gleiche Versuch, sich von diesen alten Strukturen zu befreien. Die Wahlen damals waren insofern eine neue Dimension, weil da zum ersten Mal diese Spaltung zwischen Ost und West künstlich eingeführt worden ist in die politische Diskussion in der Ukraine. Man hat das versucht, gezielt zu instrumentalisieren, aufzurufen, um da zu mobilisieren für die Wahlen. Das hat vorher nicht so eine große Rolle gespielt. Und damals schon Wladimir Putin hat sich ganz klar zugunsten eines Kandidaten positioniert, Viktor Janukowitsch. Und die Wahlen sind dann gefälscht worden zugunsten von Janukowitsch. Was jetzt all das, was ich beschreibe, wahrscheinlich für die gesamte post-sowjetische Welt noch nicht mal irgendwie besonders ungewöhnlich ist. Das ist überall viel passiert. Und mit einer Ausnahme, dass man sich dagegen gewehrt hat. Zuallererst in Russland, aber in der Ukraine hat die Zivilgesellschaft eben gesagt, wir lassen das nicht mit uns machen. Wahlen fälschen und dann, also ist ja überall so gewesen. Wahlen fälschen, dann die Legislaturperioden verlängern, dann irgendwie die Verfassung ändern, damit man noch länger im Amt bleiben kann. Und das ist ja in vielen post-sowjetischen Ländern so gelaufen. Aber die Ukraine haben gesagt, wir machen das nicht mit und haben demonstriert. Und da merkt man diese Traditionen, über die wir gesprochen haben, die haben sich da auch wieder manifestiert. Und es hat den Leuten auch sicher gereicht. Aber es hat damals schon sehr stark eine Rolle gespielt, dass man gesehen hat, wohin sich Polen entwickelt, wie andere Länder, wie die baltischen Staaten sich entwickeln. Das ist für die ukrainische Zivilgesellschaft klar. Wir wollen nach Europa. Wir wollen so leben wie da. Wir wollen auf jeden Fall nicht zurück in die Sowjetunion und so leben wie in Russland wollen wir auch nicht. Das Bemerkenswerte daran ist nicht mal, dass es diese Proteste gegeben hat, sondern dass es sie so lange gegeben hat und dass sie zu einem Ergebnis geführt haben. Was war das Ergebnis, kurz zusammengefasst? Das Ergebnis war, dass es nach der zweiten Runde, also in der Ukraine gibt es bei Präsidentschaftswahlen zwei Runden. Die zweite Runde war gefälscht für Herrn Janukowitsch. Das ist auch bewiesen worden. Und man hat dann in langen Verhandlungen, weil es diese Proteste gab auf dem Unabhängigkeitsplatz, auf dem Maidan, der ja auch später wieder eine Rolle gespielt hat, hat man sich darauf geeinigt, dass es eine dritte Runde geben wird. Also sozusagen eine Wiederholung der zweiten Wahlrunde. Und bei dieser Runde hat sich dann der vorher Premierminister und dann Präsidentschaftskandidat Viktor Yushchenko durchgesetzt. Und wer sich daran erinnert, weiß, dass es aber nicht passiert ist, ohne dass man noch vorher versucht hat, Herrn Yushchenko zu vergiften und umzubringen. Und er dann in der Schweiz behandelt wurde, sein Leben gerettet wurde und er dann auf diese Weise Präsident der Ukraine wurde. Jetzt nehmen wir uns langsam, aber sicher der Gegenwart. Proteste gehen weiter. 2014, Maidan. Die Bilder haben wahrscheinlich alle oder die meisten Älteren noch im Kopf. Worum ging es da? Zunächst mal ist es so gewesen, dass nach dieser Zeit der Orangenen Revolution es unterschiedliche nationaldemokratische Regierungen gab, die, und ich glaube, das muss man so festhalten, die den Fehler gemacht haben, sich untereinander zu verstreiten, sehr stark zu fragmentieren und auf diese Art und Weise die andere Seite, nämlich Herrn Janukowitsch, wieder aufzubauen, der dann 2010 wieder für die Präsidentschaftswahlen kandidiert hat und sich knapp durchsetzen konnte. Jetzt ist das nicht ungewöhnlich in Transformationsstaaten, dass Präsidenten nicht wiedergewählt werden. Wenn Sie sich die Geschichte von Transformationsstaaten angucken, ist das fast immer so. Aber in dem Fall war es eben so, dass Janukowitsch, der sich auch ein bisschen im Sound verändert hatte, der sich stark pro-europäisch gegeben hat, der selbst die NATO nicht mehr kategorisch ausgeschlossen hat, also der hatte im Grunde Kreide gefressen, würde man heute sagen, hat das geschafft, sich durchzusetzen. Ich glaube vor allen Dingen aus Unzufriedenheit mit dem Misserfolg der nationaldemokratischen Kräfte seit der Orangenen Revolution, die sich verstritten hatten und nicht viel hinbekommen haben. Und man hat, glaube ich, auch gehofft, dass Janukowitsch in der Wirtschaft vielleicht ein bisschen für Aufschwung sorgen kann, weil der auch zu oligarchen Verbindungen hatte. Man muss sagen, es gab damals viele Hinweise darauf, dass auch aus der nationaldemokratischen Bewegung Leute der Korruption anheimgefallen sind und dass sozusagen viele eine große Enttäuschung hatten damit. Das ist im Grunde wieder auf etwas Ähnliches hinausläuft. Die Ukraine hat zu dem Zeitpunkt ein Assoziierungsabkommen mit der EU verhandelt, ein sehr weitgehendes. Und von dem wusste man schon gesichert, dass er korrupt war. Also das konnte man abhacken. Das ist so. Da sage ich gleich noch was dazu. Das spielt gleich, also diese Korruption und der Kampf gegen Korruption spielt gleich auch noch eine Rolle bei dem, was dann passiert ist mit dem Euromaidan. Bei Janukowitsch war es so, dass er sich sehr europafreundlich gegeben hat und viele auch der Auffassung waren, oh, der ist irgendwie geläutert, der hat sich verändert. Da gab es zum Anfang zumindest in der ersten Zeit auch bei westlichen Partnern so einen gewissen Honeymoon. Und dann hat sich aber herausgestellt, naja, eigentlich wird es immer autoritärer und eigentlich geht es immer näher an Russland. Und als dann der Moment der Entscheidung kam, als das Assoziierungsabkommen, ein sehr weitgehendes, vertieftes Freihandelsabkommen mit der EU, auf dem Tisch lag und unterschrieben werden sollte, da gab es ein mittlerweile berüchtigtes Treffen von Janukowitsch mit Putin unter vier Augen in Jalta. Und dann kam Herr Janukowitsch zu diesem Gipfel damals in Vilnius mit dem unterschriftsreifen Abkommen mit der EU und hat sich kategorisch geweigert, das zu unterschreiben, ist dann auch verfrüht, abgereist von dort. Auf der EU-Seite waren alle einigermaßen fassungslos. In der Ukraine hat man das geschlussfolgert, was man bei Putin schlussfolgern muss. Putin hat ihm entweder sehr viel Geld angeboten oder hat ihn bedroht oder beides. Jedenfalls hat Janukowitsch dieses Abkommen nicht unterschrieben. Und das war für die ukrainische Gesellschaft in der Breite der Punkt, wo sie gesagt haben, diese Perspektive nach Europa, die ist uns wichtig. Das wollen wir. Und gleichzeitig ist da dieser Impetus, wir wollen nicht von korrupten Oligarchen regiert werden, mit reingekommen. Dann haben zunächst Studenten demonstriert und das ist auch ganz typisch ukrainisch. Wir haben über ukrainische Geschichte heute schon viel geredet. Diese schnelle Selbstorganisation, das haben ja Studenten demonstriert und die sind dann brutal von der Polizei niedergeknüppelt worden auf dem Maidan. Und daraufhin haben sich sozusagen auch aus entfernten Städten in der Ukraine die Leute in die Autos gesetzt und gesagt, also unsere Kinder, unsere Jungs und Mädchen, die schlagt die hier nicht zusammen auf dem Maidan. Jetzt kommen wir alle und demonstrieren. Und dann begann eine Demonstration, von der man ja gar nicht wusste, worauf die genau hinausläuft. Aber die wurde später zum Euromaidan und zur Revolution der Würde und endete damit, dass Janukowitsch abgehauen ist und dass Russland damals den Krieg begonnen hat. Die Verschwörungstheoretiker im Kreml sagen, der Euromaidan hätte niemals so lange durchhalten können. Es waren ja viele Wochen, die die ausgeheilt haben, wenn es dann nicht viel finanzielle Unterstützung aus dem Westen gegeben hätte. Ja, das ist Unsinn. Aber es passt natürlich in das vom KGB geprägte Weltbild von Putin und seinen Eliten, die sagen, wenn jemand etwas tut, dann ist er entweder dafür bezahlt oder wird dazu gezwungen, dass Leute aus eigener Motivation etwas tun. Dass Leute für ihre eigene Sache freiwillig einstehen, kommt halt in diesem Weltbild nicht vor. Deswegen muss es immer so eine Erklärung geben. Die Ukrainer haben sich selbst organisiert. Und in beeindruckender Art und Weise, die Zivilgesellschaft hat ja auch viele neue Leute dazugewonnen während der Zeit des Euromaidan, die zu dem Zeitpunkt Unternehmer waren oder Anwälte oder irgendwo in der Wirtschaft gearbeitet haben und gesagt haben, jetzt reicht es mir aber, diese Perspektive nach Europa, die brauche ich für mich. Und das hat ja dazu geführt, dass eine ganz neue Generation von Politikern sozialisiert worden ist, die ja jetzt eine Rolle spielt, weil viele aus der Selensky-Generation der Politik sind ja erst in der Zeit überhaupt politisiert worden. Also die Generation davor kam sehr stark aus der Orangenrevolution, aber es sind ja viele Leute, die bis dahin gar nichts mit der Politik zu tun hatten, die gesagt haben, jetzt gehe ich aber dahin, jetzt muss ich die Dinge selbst in die Hand nehmen. Also das war eine eigenständige Bewegung und da sollte man sich von diesen zynischen Behauptungen aus Russland auch nicht irritieren lassen. Aus der Sicht Russlands war es ja quasi ein Verrat, sich an den Westen zu wenden und weiter dort Anschluss zu suchen. Das wollte man auf jeden Fall und auch mit allen Mitteln hintertreiben und wollte es nicht zulassen. Und dann ein Begriff, der dann in die Militärtheorie einzog, ist der Begriff der hybriden Kriegsführung. Also zunächst mal muss man sagen, ab der Orangenrevolution hat Putin ja versucht, nicht nur nationaldemokratische Politiker zu korrumpieren, Geld anzubieten, in Bestechungsschemen sie einzubeziehen, insbesondere im Gasgeschäft, um die Ukraine politisch kontrollieren zu können. Er hat ja auch dafür gesorgt, dass es pro-russische Parteien gibt und Teil der hybriden Kriegsführung war ganz sicher aber auch, diese Spaltung der Ukraine in Ost und West, das Thema der Sprache, ganz gezielt in den Mittelpunkt der Auseinandersetzung zu stellen. Was er sehr erfolgreich gemacht hat. und da Einfluss zu nehmen, wenn man so will. Was aus russischer Perspektive gelungen ist, ist nicht nur das als Spaltpilz in die Ukraine zu bringen und rund um das Thema zu mobilisieren, sondern vor allen Dingen, das auch in den westlichen Köpfen zu verankern, dass man bis heute hier Leute trifft, die sagen, oh, die Hälfte der Ukraine, die sprechen doch sowieso Russisch, die wollen zu Russland gehören. Wir haben ja heute schon darüber gesprochen, warum das nicht stimmt und auch nie so war. Aber das ist schon ein gewisser Erfolg der putinschen Geschichtspolitik und der putinschen Desinformation, dass er das geschafft hat, bei Partnern der Ukraine im Westen so stark zu verankern. In der Ukraine, die Ukraine ist leider, glaube ich, so eine Art auch Testumfeld für hybride Kriegsführung geworden. Da hat man also von Desinformation bis zu Cyberangriffen, bis hin zu bezahlten Multiplikatoren und verdeckter und offener Korruption alle Instrumente ausprobiert und angewendet, die man zum gleichen Zeitpunkt oder später dann auch bei uns angewendet hat und bis heute anwendet. Das hat sich nicht nur ausgeweitet auf den Donbass und die Region östlich des Dniepers, sondern auch auf die Krim. In Russland wird gesagt, auf der Krim leben eigentlich gar keine Ukrainer oder nur ganz wenige Ukrainer. Darum gehört es eigentlich nicht wirklich zur Ukraine. Und über die Schenkung haben wir uns schon unterhalten. Wie kam es dann weiter zur Annexion der Krim? Das strategische Bild, wir haben das ja gerade angedeutet mit dem EU-Assoziierungsabkommen und mit den Ereignissen des Euromaidan, das strategische Bild aus der Sicht Putins war, glaube ich, die ganze Zeit über, entweder habe ich die Möglichkeit, politisch Einfluss zu nehmen auf die Ukraine oder ich muss es militärisch machen. Deswegen ist das aus dieser Perspektive eine logische Entwicklung, dass in dem Moment, wo Putin den politischen Einfluss über die Ukraine verloren hat, Janukowitsch ist abgehauen. Der Euromaidan hat sich durchgesetzt, dass er dann zu militärischen Mitteln gegriffen hat. Es gab immer mal wieder vorher, seit der Verfassungsgebung der Ukraine, die ja sehr spät erfolgt ist in den 90er Jahren, immer mal wieder Diskussionen über das Szenario, die russische Marineinfanterie marschiert aus den Kasernen aus und spaltet die Krim ab. Also in der russischen Vorstellungswelt war diese Kralle, wenn die Ukraine zu stark unabhängig wird, dann müssen wir über die Krim sozusagen zugreifen, glaube ich, über Jahrzehnte ein eingeübtes Bild und vielleicht auch ein geübtes Szenario. Das war jetzt jedenfalls nicht so, dass es etwas war, das jemand, der sich mit dem Thema beschäftigt hatte, noch nie gehört hatte. Es gab auch einige, die davor gewarnt haben, dass Putin zu solchen Mitteln greifen wird. Es gab aber bei uns zu dem Zeitpunkt sehr stark so eine Mischung aus Wunschdenken und Nicht-Wahrhaben-Wollen. Da haben wir uns jetzt hoffentlich weiterentwickelt, aber ich kann mich noch genau daran erinnern, dass aus damals schon Open-Source-Intelligence klar war, die Fahrzeuge, die da auf der Krim umherfahren, und es ging ja langsam an den Kennzeichen und teilweise an den Gesichtern beteiligter Personen, kann man sehen, das sind Einheiten des russischen Militärs, die schon in Georgien und anderswo aktiv waren. Das konnte man also sehen. Und gleichzeitig gab es bei uns auf höchster politischer Ebene Personen, die gesagt haben, vielleicht sind das gar keine russischen Soldaten, vielleicht ist das so eine Art Volksaufstand. Aber selbst wir Fernsehzuschauer wussten es doch alle. Ja, das ist doch ganz bemerkenswert, dass wir es nicht wahrhaben wollten. Die strategische Situation, Putin greift zu militärischen Mitteln, wenn er die Ukraine politisch nicht mehr kontrollieren kann. Die Valigant lag die ganze Zeit in der Luft, das hat er dann auch gemacht. Das Interessante ist aber, dass er das langsam gemacht hat und dass er geguckt hat, wie wir reagieren und dass die damalige Reaktion also vielleicht sind das gar keine russischen Soldaten und wir schließen die Anwendung militärischer Gewalt kategorisch aus, dass das Putin ermutigt hat, gesagt, okay, dann kann ich ja weitermachen. Und er hat das ganz schrittweise gemacht, hat geguckt, wie wir reagieren, hat gemerkt, wir tun nichts, um ihn abzuschrecken oder von irgendwas abzuhalten. Und dann hat er die Dinge fortgesetzt. Auf geopolitischer Ebene betrachtet, nicht auf moralischer oder rechtlicher Ebene, die Krim ist ja für Russland von vitaler Bedeutung, weil es der Zugang zum Schwarzen Meer ist. So wie die Lage damals war, hatte halt Russland nur den Marinestützpunkt am Schwarzen Meer, den sie schon über Jahrhunderte hatte, der ja für sie der Zugang nach Europa ist, im gewissen Sinne auch zum eisfreien Hafen ist, den sie ja schon immer wollte. Ich kann aus geopolitischer Sicht verstehen, warum Russland in einer Situation der Unsicherheit dann die Krim annektiert hat. Ja, also ich bin jetzt kein Anwalt des russischen Imperiums oder der geopolitischen Ambitionen von Wladimir Putin. Aber wenn Sie sagen, Sie können das verstehen und wenn das so auf der Hand liegt, warum wollte es denn damals niemand wahrhaben? Das finde ich eigentlich die interessante Überlegung. Was haben wir denn gedacht, was er da macht oder was er da vorhat? Und wie das Ganze ausgeht? Wie das Ganze ausgeht und wie sich das Ganze von heute ab entwickeln könnte. Darüber reden wir in dem zweiten Teil dieses Videos. Schon mal vorweg mehr von Nico Lange und über seinen besonderen Werdegang können Sie hören in unserem RI-Podcast mit meiner Kollegin Tina Mayer-Schneider. Wir sehen uns dann im zweiten Teil. Vielen Dank. Das waren die RHI-Kontexte. Den dazugehörigen Podcast finden Sie hier. Wenn Sie weitere Videos aus der Reihe Kontexte anschauen wollen, klicken Sie doch hier auf unserem YouTube-Kanal. Und wie alle, die auf YouTube sind, freuen wir uns natürlich, wenn Sie unseren Kanal abonnieren. Schauen Sie doch mal rein. Das gesamte Potpourri finden Sie hier. Das gesamte Potpourri finden Sie hier.